Musik Gerda und Erich Bett hier sitzen unter einer Laube in ihrer 100 Quadratmeter großen Parzelle auf dem Campingplatz des Heidehofs der Familie Jansen Oligis in Gehlenberg und Lachen. Sie haben sich einfach in die Landschaft verliebt, erzählen beide. Seit bereits sechs Jahren campen sie hier, wobei campen eigentlich das falsche Wort ist. Das Paar aus dem Siegerland verbringt hier seit sieben Jahren jeden Sommer. Vor sechs Jahren haben sie ihr Haus aufgegeben und das Wohnmobil verkauft. Dafür haben sie jetzt in Kreuztal noch eine kleine Wohnung und hier die Parzelle, auf der die beiden immer von April bis Oktober wohnen.